Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Web Kanal, ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein weiteres Replay dabei, beziehungsweise Gast-Replay dabei von dem Wagen Striff S1. Das ist ein neuer Stufe 8 Jagdpanzer der Schweden Premium Jagdpanzer, um das noch zu erwähnen. Er wird gespielt von dem lieben Pro-Like-Creeper aus dem Clan Minas Taco und es ist das Besondere, es ist einmal ein Schramützel oder Teamgefecht, ich glaube es ist ein Teamgefecht oder Schramützel, ich weiß es nicht genau, sieht man das hier irgendwo, Teamgefecht es ist, es ist ein Teamgefecht, okay. Und ja, erstmal, es ist ein Schweden Premium Panzer, das ist ja, das ist was relativ Besonderes, weil die Schweden haben noch keinen Stufe 8 Premium Panzer und dieser Premium Panzer hat auch die Besonderheit, dass man mit der Taste X in einen bestimmten Feuermodus wechseln kann, wo der Panzer sich nach oben und unten sich bewegen kann, aber das müsstet ihr eigentlich schon wissen, also wenn ihr ein bisschen in World of Tanks drin seid, wisst ihr auch schon, wie diese Technik funktioniert, müsste man eigentlich wissen. Und ja, das Besondere ist daran, er ist wirklich ein Jagdpanzer, also er sollte ein bisschen weiter da hinten stehen, er hat nicht die Allerweltspanzerung, also nicht die beste Panzerung, die es gibt, aber es ist eigentlich relativ gut. Und zusammen hier mit meinem kleinen Clan und einem, der nicht im Clan ist, nee, zwei Leuten, die nicht im Clan sind. Und ja, wie man das so kennt, hier gibt es Anweisungen, all sowas, Clan-Kämpfe und sowas und ja. Eine Sekunde, ich muss mal kurz mit dem Ton gucken, das ist viel zu leise. Man soll ja auch was hören, ne. So, dieser Panzer hat 1000 Life, also genau 1000 und er hat 288 Penn. Das ist das Besondere bei den Schweden, sie machen nicht sehr viel Schaden mit einem Schuss, mit 390 ist ein Jagdpanzer, naja gut, ganz okay. Dafür schießt er abnormalschnell, also wirklich sehr, sehr schnell und hat 288 Durchschlag, also puh. Und ja, mit APCR, also mit der anderen Granate sogar 330. Aber das ist eigentlich ein normaler Durchschlag mit Premium-Granaten auf Stufe 8, glaube ich. Obwohl, nee, Quatsch. Ist gar nicht der Premium-Durchschlag auf Dings liegt gleich bei 290 oder so. So ungefähr. Und ja, diesen Feuermodus enddrückt, aktiviert man mit der Taste X. Und dann kann man loslegen, auf Tontauben zu schießen. Wie ein Wahnsinniger. Und ja, ich habe gerade nur einen Zuschauer, der durch mein Objekt 268-Video zu mir gekommen ist. Der ist gerade beim Neuner. Und ich wollte nur mal sagen, hab viel Spaß dabei. Ich muss sagen, der Neuner gefällt mir nicht so. Der 268 ist einfach so viel geiler. Und ja. Da hinten haben wir eine IS-3. Er hat jetzt schon zwei schöne Schüsse angesetzt auf den neuen Panzer. Und boah, das brauchen wir eigentlich gar nicht so wirklich auf irgendwelche Schwachpunkte. 8 mit 288-Pin. Habt ihr eigentlich überall die Möglichkeit durchzukommen. Wie man hier sieht, er hat gar keine Probleme. Es wird jetzt noch kein einziges Mal gebaut. Jetzt schon bei 1400 Schaden. Ah, der IS will er nochmal. Komm, 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 komm. Ja. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Ähm. Nochmal kleine Informationen zum Streaming. Ich streame ja normalerweise. Ähm. In Ferien mache ich das auch. Wird auch. Ähm. Das Problem ist noch momentan sind meine ganzen... Äh, meine Streaming-Software alle nicht auf dem neuesten Stand. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich heute Abend, ähm, erstmal alles updaten müssen, bevor es losgehen kann. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gestreamt. Und daher muss ich erstmal anfangen, wieder alles zu aktualisieren, wieder alles neu einzustellen. Das ist immer relativ nervig. Wenn man lange nicht gestreamt hat oder so, setzen sich manche Sachen zurück oder so. Oder funktionieren nicht mehr so, wie es sollte. Oder irgendwelche Updates sind gekommen, die ich nicht... Wo ich noch ein bisschen was verbessern kann. Ich habe ja ein Overlay. Und all sowas. Das muss ich alles wieder einstellen. Alles wieder reinziehen. Und, ähm, genau. Wenn ihr da Bescheid wisst. Wahrscheinlich gibt es dann morgen oder heute Abend vielleicht schon, wenn ich es bis dahin schaffe, den ersten Stream. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dazuschauen. Auf, äh, Dings heiße ich Broken Sane. Wie hier. Ah, das ist ja... No, das ist ja... Das ist ja gar kein Problem. 2000 Schaden hat er schon. Ihr müsst halt wissen, das ist ein wirklicher Jagdpanzer. Das ist ein wirklicher reiner Jagdpanzer. Ihr könnt damit nicht wirklich Angriff... Das ist lustig fahren. Weil so ist die Kanone, die bewegt sich keinen Zentimeter. Nur mit der Wanne. Das bedeutet so, wenn ihr so auf den Feind drauf fahrt. Ja gut. Wenn ihr einen Gokop trefft, da bin ich doch nicht. Also immer wenn ihr schießt, geht ihr in den Feuermodus. Das ist ganz wichtig. Weil sonst kann es sein, dass ihr verschießt. Und im Feuermodus schießt ihr auch schneller. Ja, mal gucken. Ich habe viele schöne Replays von euch bekommen. Finde ich sehr schön. Ihr könnt auch immer wieder gerne an welche einsenden an meine E-Mail-Adresse. Die ist ja unten in der Videobeschreibung verlinkt. Oder beziehungsweise steht sie. Verlinken ist ja falsch. Da müsste ja ein Link stehen. Ah, der Schrift hat ihn gesehen. Ja, und für wen lohnt sich der Panzer? Punkt 1 für Sammler. Oder nicht für Sammler, sondern für die Leute eher die Schweden fahren. Primärziel natürlich die Dingens hier. Wie heißen sie? Au. Die Jagdpanzer natürlich. Damit kann man hervorragend, glaube ich, die ganze komplette Cruise-Skillen. Kriegt er den raus? Er hat jetzt schon 2800 Damage. Sehr schön gemacht. Nehmt die einen solide nach dem anderen raus. Also seht ihr, selbst im Teamgefecht hat der wirklich sehr viele Chancen. Äh, da würde ich hinten rumfahren. Okay, er wagt den Weg vorne rum. Mal gucken. Er hat jetzt schon 3000 Schaden. Er fängt sich hier den Schuss. Aber gibt ihm auch noch einen mit. 3400 Schaden. Und lässt er sich? Lässt er sich? Ja. Ach ne, er hat gleich umgeschaltet. Kurze Verbesserung. Ich spule nochmal ein ganz kleines bisschen zurück. Noch ein bisschen zurückfahren. Ganz kleines bisschen noch. So. Warum ist jetzt kein Sound? Hallo? Sound? Kommst du? Okay, kein Sound mehr. Super. Mal wieder schon eine Replay-Bug. Wärst du jetzt hier in die hintere Gasse reingefahren? Also einmal da lang. Nicht da lang. Hättest du ihn von hinten flankieren können. Und zwar hättest du ein bisschen weniger Schaden gemacht. Aber du wärst auch am Leben geblieben. Beispiel jetzt hier diese zwei Schaden. Wärst du jetzt hinter ihm gewesen, hätte er ja keine Chance gehabt. Nummer so als kleiner Tipp. Und wir kommen jetzt zur Auswertung. Hier haben wir einmal 3400 Schaden und drei Kills. Elf Schuss. Elf Treffer. Elf durchgeschlagen. So muss das sein. Genau so. Damage 3400. Über 300 Meter hat er 2148. Assist hat er 191. Und er hat drei von fünf zerstört. Drei Ziele von fünf möglichen zerstört. Und ja, ein sehr schöner Panzer. Sehr interessant zu fahren. Ist ja gerade noch im Shop, hoffe ich. Wir gucken mal ganz kurz. Ist der noch im Shop? Ist der noch im Shop existent? Sekunde. Müsste aber eigentlich. Ja, ist er noch. Einmal für 39,75. Einmal für 59,99. Und einmal für 99,99. Mal wieder die drei Pakete. Das kennt man ja aber. Und sowieso. Heute sind sowieso, also in den nächsten Tagen sind sowieso alle Achter, Neuner und Zehner in World of Tanks runtergesetzt. Das bedeutet, wenn ihr noch irgendwann ein Panzer haben wollt oder so, holt ihn euch jetzt. Jetzt ist es runtergesetzt. Sechs Jahre World of Tanks. Das kennt man ja. Gibt es immer schöne Special. Gibt es immer schöne verbilligte Preise. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ich dann nicht, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.